Tag Leute und herzlich willkommen zum neuen Flash Game zu den Zinken und diesmal Boxing Physix und diesmal zocken wir, ach das habe ich hier schon gesagt, das ist sowas wie, äh, Gast, äh, ich weiß nicht ob ihr Zockerphysix oder so kennt, auf jeden Fall ist das, äh, geh mach mal, play, wer bin ich, äh, wer bin ich, ach so, jetzt ist die Frage, wie boxt man, zack, oha, ah, wie boxt man denn, hallo, warte, jemand, okay, Space ist angeblich, jumpen, ich habe keine Ahnung, äh, machen die das automatisch, wenn die springen, sorry, wenn ich gerade nichts zeige, aber ich probiere hier alle Tassen, ah, ich habe, ich glaube, ich habe es herausgefunden, du ist Boxer, ja, komm, bam, schön ins Face, ich glaube, dieses, nervvoll, you lose, komm nochmal, nachdem man das halbwegs verstanden hat, weiß man endlich, wie es geht, bam, vor in the face, hä, ah, knock out, komm, bam, ja, 2-0, komm, äh, na, jetzt hat er uns geboxt, zack, boah, ne, komm, wieso trefft der uns, ich, ich, ihn nicht, los, los, ich habe keine Ahnung, wie das Spiel geht, hä, also, hey, ach so, wir haben, cool, cool, komm, einmal, komm, ich glaube, ist das, Habt ihr das gesehen, Kombo des Todes, hier die Zeitlupe, oh, das war heftig, Win, Menü, spielen wir einmal das normale noch, und das war's, das schon, ja, das war's schon, Real Mode, Play, ah, hä, das macht ja gar nichts, was ist weh, ja, zu zweit, habe ich zwei, hä, habe ich zu zweit, aber, ist egal, zack, vielleicht ist der Blaue einfach stärker, was war das denn, okay, zack, 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 okay, da will ich jetzt ein Eck haben, so, okay, halbwegs irgendwie, boxt doch ihn voll in die Schnauze, mh, ja, genau, jetzt, komm, voll ins Face, hey, boah, Double Face, Schlag, ja, irgendwie, ich glaube man, a guest, ein Player, real, ah, ach, Mist, los, schau, ja, ja, gewonnen, jetzt, stimmt mal, jo, komm, ja, los, oh, guck mal, hier im Kindergarten, prügeln, zack, 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 sieht das eigentlich als, ich habe keine Ahnung, wie man zuschlägt, ja, klar, ich habe keine Ahnung, echt, wie soll man dieses Spiel spielen, oh, das ist jetzt auch, wieso geht es besser, hä, habe ich ihn nicht geschlagen, oder wieso, er mich, ich habe keine Ahnung, hä, egal, you lose, damit verabschieden wir uns, dass ich verloren habe, äh, ich freue mich über jeden Dislike, sorry, wenn es nur ein kurzes ist, ich weiß gar nicht wie lang, egal, schille drauf, dann würde ich sagen, sehen wir uns später, ciao, mal, Auf Wiedersehen.